Mein Name ist Tahmina. Ich arbeitete in Aserbaidschan als Journalistin. Ich wollte immer im Ausland studieren, doch meine Arbeit war mir wichtiger. So habe ich es immer wieder ausgeschoben. Weil mir wegen meiner Arbeit das Gefängnis drohte, musste ich meine Heimat verlassen. Seit zwei Jahren lebe ich als anerkannter Flüchtling hier in Bären. Flüchtling zu sein ist nicht einfach, aber es bringt auch neue Möglichkeiten. So habe ich eine Chance bekommen, an der Uni Bären mein Masterstudium endlich abzuschließen. Organisation Management? Ja. Wir haben auch am Morgen. Ich möchte in Zukunft im Angel-Bereich arbeiten, um andere Flüchtlinge zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Ich möchte in ihr Running career fünf Stunden, unfold sich ein Erstmal für einen Zugang bei ihr. Hmm, ich auch nicht beide Bären. Das ist alles, was dieses Eing�nenv xem. Untertitelung des ZDF, 2020